Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, geliebte Muslime. Ich denke, dass es an niemanden von euch vorbeigegangen ist, dass tatsächlich immer noch die Diskussion rund um die Berliner Silvesternacht sehr, sehr stark diskutiert und debattiert wird. Und wir haben bereits letzte Woche ein Video auch dazu veröffentlicht, gerade wo es um die Skandalaussage oder den Skandaltweet von dem CDU-Abgeordneten Christoph Tifries ging, wo es um den Phänotypus westasiatisch-dunklerer Hauttyp geht. Und wir haben in diesem Kontext auch seine Aussage ganz klar dekonstruiert und auch die Problematik diesbezüglich aufgezeigt. Nun sehen wir, dass die Diskussion aber gerade in der vergangenen Woche weitergeführt worden ist. Auch die Aussage von Christoph Tifries wurde nicht verbannt, sie ist immer noch Teil der Debatte. Aber ich will mal sagen, sie hat eine neue Pike erreicht. Es gab neue Aussagen, gerade im Kontext mit der Veranstaltung oder Diskussion bei Markus Lanz, wo der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz eingeladen worden ist und er mit seiner Skandalaussage in Bezug auf, ich sag mal, allgemeinen Migranten, obwohl auch tatsächlich spezifische Muslime hier gemeint sind, aber dazu komme ich inshallah noch, er für sehr, sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Und es gab sowohl positive, sprich positive Anmerkungen seitens aus Politik als auch Medien, aber es gab auch ganz klar negative Haltungen diesbezüglich gegenüber seiner Aussage. Nun, wenn ich mir das mal jetzt im ganzen Kontext betrachte, dann sehen wir, dass eigentlich drei Probleme gerade vorhanden sind, drei Aussagen, die sehr, sehr stark diskutiert werden. Auf der einen Seite ist es, wie genannt, die Aussage von Christoph Tifries oder sein Tweet in Bezug auf den Phänotypus westasiatisch. Dann ist es die Aussage von Friedrich Merz oder ich sag mal, bei Friedrich Merz ist es ja nicht nur die Aussage, es war ja sein gesamter Auftritt bei Markus Lanz. Der wird sehr, sehr stark diskutiert, gerade aber im Kontext von den kleinen Pashas. Und auf der anderen Seite, was gerade so im Fokus steht, was auch immer mitdiskutiert wird, ist die Forderung von dem Bundesland Berlin, die Vornamensabfrage vornehmen zu wollen. Und lass uns das mal in einem gesamten Kontext anschauen. Wie hat man sich dazu positioniert? Und war es korrekt, war es nicht korrekt? Und vor allen Dingen, wie sollten wir als islamische Gemeinschaft nun, wenn wir das mal gänzlich betrachten, wie sollten wir uns eigentlich dazu positionieren? Und die Ereignisse, die gerade hier letzte Woche im Fokus stehen, das waren diese beiden Talks bei Markus Lanz. Einmal der erste Talk, wo Friedrich Merz selber vorhanden war, wo er dann diese Skandalaussage getätigt hat. Und auf der anderen Seite war es dann der zweite Talk, ein paar Tage später meine ich direkt, wo man dann die Skandalaussage bei Markus Lanz, bei Markus Lanz erneut diskutiert hat. Und da war auch ein Carlo Massala, ein Politologe Carlo Massala, der zur gleichen Zeit auch ein Berater von der deutschen Bundeswehr ist, zu Gast, der eine Aussage tätigte, ja, ich sag mal auch eine sehr emphazische Aussage, er sich sehr stark echauffiert hat, über das Verhalten und die Aussage von Friedrich Merz, in Bezug auf allgemein den Umgang mit Migranten, in Bezug auf die Thematik mit den kleinen Pashas. Und diese Aussage, die er getroffen hat, war, dass er sagte, es ist ein spuckendes Gesicht all derjenigen, die sich seit 20, 30, 40 Jahren sinngemäß in Deutschland bereits befinden und ein Teil dieser Gesellschaft sind. Und gerade diese Aussage wurde sehr, sehr stark hervorgehoben in den Debatten, in den Diskussionen. Viele Personen haben darüber getwittert, man hat die Aussage bestätigt, ja, sogar Memes sind entstanden auf dieser Grundlage. Aber man hat diese Aussage als stellvertretend gesehen. Also viele Gruppen, viele Gruppen der Migranten aus Deutschland haben diese Aussage stellvertretend für sich selber genommen und standen vollkommen hinter dieser Aussage. Nun, worum es mir geht ist, ich möchte aber noch mal schauen, war denn diese Aussage auch stellvertretend für uns als islamische Gemeinschaft? Denn das, was tatsächlich Carlo Massara hier sagte und über welches Problem er sprach, war eigentlich richtig. Denn er sprach über die Problematik, dass er als Italiener, und er brachte auch hier das Beispiel, dass er sagte, dass er mal öffentlich in Chaträumen war, das glaube ich, oder in Social Media Threads beleidigt wurde, weil man gesagt hat, wie kann es sein, dass ein Italiener die deutsche Bundeswehr berät? Und auch darüber hat er sich echauffiert und ich gebe ihm hier ganz klar recht an dieser Stelle. Aber das, worüber er hier sprach, ist ein Problem, was in Deutschland tatsächlich existiert. Und das ist das Problem, was Deutschland, ja, man muss es sagen, seit Jahrzehnten verfolgt, ist die Thematik in Bezug auf Rassismus. Rassismus ist ein Problem in Deutschland und auf dieser Grundlage hat sich auch Carlo Massara angegriffen gefühlt, weil er sich als ein Teil dieser Gesellschaft sieht, im Kontext als Deutscher. Er sieht sich als ein Deutscher, nicht nur als ein Past Deutscher, sondern jemand, der hier lebt und denselben Anspruch genießen sollte. Also gerade die Thematik, was Chancengleichheit angeht. Nun will ich aber auch an dieser Stelle ganz klar sagen, auch wenn das korrekt eingereiht worden ist, um das Problem in Bezug auf den Rassismus zu benennen, eigentlich aber, geliebte Muslime, ist das nicht unser Problem als islamische Gemeinschaft. Denn was wir schon vermehrt und sehr, sehr oft darüber, wenn wir ganz klar diskutiert haben und sehr, sehr oft erwähnt haben, war, wir Muslime haben eigentlich nicht das Problem mit Rassismus. Unser Problem ist, dass wir als Wertegemeinschaft hier in diesem Kontext nicht akzeptiert werden. Und das meinte ich auch vorhin mit eigentlich adressierter auf Friedrich Merz, speziell hier wieder die islamische Gemeinschaft. Warum? Er sprach hier nämlich über die kleinen Pashas. Pasha ist ein Begriff, keine südländische Herkunft, nicht ein Begriff südländischer Herkunft, sondern ein Begriff, der ganz spezifisch mit dem osmanischen Kalifate Verbindung gebracht wird und im Allgemeinen im Kontext der islamischen Welt genannt wird. Und das ist eigentlich, womit er tatsächlich ein Problem hatte. Denn das ist auch eines der Gründe, warum wir die Debatte, wenn sie geführt wird, rund um uns Muslime, um die islamische Gemeinschaft, wenn es dann heißt, es geht um antimuslimischen Rassismus, dass wir das auch nicht akzeptieren. Warum? Weil es geht hier nicht um die Ethnie. Wir Muslime sind keine Ethnie. Und es geht hier nicht um spezifisch den Syrer, den Afghanen oder den Palästinenser. Sondern es geht hier darum, dass wir als Muslime und mit unseren Werten, als Wertegemeinschaft nicht akzeptiert werden, unsere Werte hierbei kriminalisiert werden. Ich gebe euch mal ein ganz praktisches Beispiel von mir. Mein Name ist Raimund Hoffmann. Wenn sogar eine Vornamensabfrage in meinem Kontext vorgenommen werden würde, dann würde ich gar nicht in dieses Raster fallen. Aber trotzdem falle ich in dieses Raster. Warum? Weil es geht tatsächlich darum, weil ich Muslim bin. Weil ich Werte trage, die in dieser Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Und das ist genau die Problematik. Deshalb sollte unsere Antwort auf das Verhalten von einem Friedrich Merz nicht eigentlich eine Rassismusdebatte unsererseits auslösen. Wobei ich nicht sagen möchte, dass eine Rassismusdebatte nicht angebracht wäre. Doch, sie ist angebracht. Aber gerade im Kontext von Personen wie einem Karlo Massala, jemand, der auch hier nur in dem Bereich der Ethnien, der Nichtzugehörigkeit von Ethnien ein Problem sieht. Wir aber als Muslime haben nicht das Problem vordergründig, weil wir in unserer Ethnie nicht akzeptiert werden, sondern weil wir als islamische Gemeinschaft mit unserem Wertesystem nicht akzeptiert werden. Und das ist ein Problem, was viel, viel stärker hier in dieser Debatte in den Vordergrund gerückt werden muss und die leider, meines Erachtens nach, nicht genug Raum eingenommen hat. Denn das ist ja eigentlich das Vordergründige, was ein Friedrich Merz hier gefordert hat. Ich meine, fühlen wir uns mal vor Augen, wer ist denn Friedrich Merz? Friedrich Merz ist eine Person, die damals in seiner, ich sag mal, ehemaligen politischen Karriere, bevor er in die Wirtschaft ging, den Begriff Leitkultur tatsächlich salonfähig gemacht hat. Er ist es, der diesen Begriff in die Politik reingebracht hat. Und wir wissen, dass es von der späteren Regierung sehr, sehr stark aufgefasst worden ist. Also gerade ein Horst Seehofer bei jemandem, der mit diesem Begriff rein und raus ging. Und worum geht es denn in der Leitkulturdebatte? Dort geht es um eine eigentlich gewollte Wertediktatur. Und das ist genau, worüber wir sprechen. Wenn wir sprechen, über es herrscht in Deutschland eine drohende Wertediktatur, dann sind das genau solche Aussagen von einem Friedrich Merz. Er hat in vorderster Linie nicht ein Problem mit einer anderen Ethnie außer der Deutschen. Sein Problem sind die Werte, die dahinter stecken. Und genau, haben sich auch genau deshalb gewisse Personen in diese Debatte dann auch später mit eingereiht, die das bestätigt haben und auch Teil dieser Debatte wurde. Beispielsweise ein Ahmed Mansour. Der sprach dann auf einmal über patriarchalische Strukturen. Das bezieht sich ja nicht auf eine Ethnie, sondern seiner Meinung nach auf eine bestimmte Wertegruppe. Und das sind wir Muslime. Und das ist die eigentliche Problematik, die hier vorherrscht. Und deshalb muss die Aussage von Friedrich Merz auch als das entlarvt werden, was sie ist. Es ist ein ganz, ganz, ganz deutlicher Angriff auf die Werte von uns Muslimen, auf uns als Wertegemeinschaft und nicht in erster Linie auf eine bestimmte Ethnie. Und genau basierend auf diesem Mindset von Friedrich Merz hat er dann auch diese Aussage die kleinen Paschas benutzt. Warum? Weil er wollte das Ereignis, was an der Silvesternacht geschehen ist. Und wir haben auch im letzten Video ganz, ganz deutlich gesagt, dass es ein Problem war, wenn es denn so geschehen ist, dass es ein Problem war, sich dort so zu verhalten. Aber er brachte die Aussage kleinen Paschas, weil er wollte damit nicht eine Ethnie. Er wollte nicht damit die, ich sag mal, vordergründig in Berlin dort an beteiligte arabische Ethnie in einen Kontext setzen, sondern die muslimischen, die muslimischen Werte damit verknüpfen. Und das ist das, was du mit kleinen Paschas tust. Du nimmst damit ganz klar und offensichtlich eine Wertegemeinschaft in den Fokus und verbindest sie mit einer kriminellen Tat. Und was diese Haltung auch sehr, sehr deutlich noch einmal erkennen lässt, ist, wie stark das rechte Problem oder das rechte Lager, was immer als ein Lager bezeichnet wurde, irgendwo am Rande der Gesellschaft, sich hier ganz, ganz deutlich in die Mitte der Gesellschaft verlagert hat. Denn die CDU bezeichnet sich immer noch als die Partei der Mitte. Aber sie benutzt nun so ein Wort oder so eine Begrifflichkeit wie die kleinen Paschas. Und wo reiht sich diese Art der Formulierung ein? Nehmen wir die AfD als ein Beispiel. Sprachen sie nicht schwach, die AfD nicht auch vor einigen Jahren über Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner? Das ist dieselbe Rhetorik, die aus dem selben Lager kommt. Wir sehen also, wie stark das bereits salonfähig geworden ist. Und eben genau auf dieser Betrachtung, geliebte Muslime, genauso wie ich es versucht habe, gerade darzulegen, müssen wir erkennen, ob es nun die Aussage von einem De Vries ist mit dem Phänotypus westasiatisch dunklerer Hauttyp, ob es nun die Forderung des Landes Berlin eine Vornamensabfrage vorzunehmen, ob es nun die kleinen Paschas sind von einem Friedrich Merz. All das ist etwas, was ganz klar in die Richtung geht, dass wir als islamische Gemeinschaft hier angegriffen werden und unser Wertesystem angegriffen wird. Und deshalb darf auf der anderen Seite unsere Antwort nicht die sein, dass wir hier über Rassismus sprechen. Das ist ein gesondertes Problem und das betrifft auch die gesamte Gesellschaft und das muss auch behandelt werden. Aber unsere Antwort darauf, unsere Forderung, unsere Sichtweise auf diese Debatte darf nicht nur, ich sage mal, dem Rassismus untergeordnet sein, sondern ganz klar, wir als Wertegemeinschaft, wir stehen hier wieder in der Kriminalisierung und eine Sache sei noch mal ganz deutlich gesagt, wir fordern, wir fordern, dass unsere Werte als islamische Gemeinschaft akzeptiert werden, weil das der rechtliche Rahmen ist, auf dem wir hier in Deutschland leben. Das ist der in der Verfassung verankerte Grundsatz, dass divergierende Weltanschauungen hier in Deutschland einen Rahmen haben. Und solange diese kriminalisiert werden, bewegt sich ein De Vries, bewegt sich auch eine AfD, bewegt sich aber auch ein Friedrich Merz, ganz klar nicht auf dem rechtlich korrekten Boden. Und aus diesem Verständnis heraus darf nicht unser Anliegen sein, dass wir hier als Deutsche verstanden werden. Wenn wir über Chancengleichheit in diesem Kontext sprechen, dann nicht, weil wir als Deutsche betrachtet werden, sondern weil wir als islamische Gemeinschaft als eine Wertegemeinschaft akzeptiert werden. Und auf dieser Grundlage fordern wir ein Zusammenleben mit der Mehrheitsgesellschaft. Das ist tatsächlich unsere Forderung. Nicht, ob man nun als Deutscher oder nicht als Deutscher betrachtet wird. Ich sage mal, ein Muslim, der seit 30, 40 Jahren in Deutschland lebt, soll genauso akzeptiert werden mit seinem Wertesystem, mit seinem Wertegerüst, mit seinem Werteverständnis, wie ein Muslim, der erst gestern ins Land gekommen ist. Das ist unsere Forderung. Genauso wie ein Bio-Deutscher, der schon immer hier gelebt hat, der hier geboren ist und zum Islam konvertiert ist. Er gehört nämlich genauso zu der Wertegemeinschaft des aus Syrien stammenden, aus Palästina stammenden, aus Türkei stammenden, aus Afghanistan stammenden Muslims. Wenn man dann auch noch versucht, eine gewisse Apologetik, die Kriminalisierungsversuche in einem Friedrich Merz dann auch noch zu bestätigen, indem man sagt, ja, ich kann ihn ja nachvollziehen, wenn er sagt, diese Personen haben in Deutschland nichts verloren, sie müssen abgeschoben werden, weil sie sich in der Silvesternacht nicht benommen haben. Hier müssen wir sehen, ihm geht es eigentlich gar nicht um die Tat, die dort geschehen ist, sondern es geht um Personen, die gewisse Werte haben und die sind das Problem. Dass die Werte, die die islamische Gemeinschaft besitzt, mit den Taten der Silvesternacht in keinem Zusammenhang stehen, das ist auch einem Friedrich Merz vollkommen bewusst. Aber er kapert genau dieses Ereignis dort und versucht das auf eine Wertegemeinschaft zu übertragen. Und deswegen wäre es ein fataler Fehler, wenn wir gerade ein Friedrich Merz in diesem Kontext dann auch noch bestätigen. Liebt uns, ich hoffe, ich konnte euch meine Sicht auf die Dinge darlegen. Bleibt mutig, seid stark, geht in die Diskussionen, lasst uns nur inshallah gemeinsam an dem Seil von Allah SWT festhalten, lasst uns die korrekte, gemeinsame Sicht, politische Sicht auch auf diese Realität haben, sodass wir gemeinsam gestärkt aus dieser Debatte hervorgehen. Möge Allah SWT unser Helfer sein. Untertitelung des ZDF,